Geschafft! Wir haben es geschafft! Gemeinsam haben wir die Welt gerettet. Du, du und du hast mit deinem bewussten Lebensstil dazu beigetragen, unseren wunderschönen Planeten für kommende Generationen zu erhalten. Zu schön, um wahr zu sein? Ja, leider. Ein Grund dafür liegt auf oder vielmehr in der Hand. In deiner Hand. Schüttel sie doch mal. Okay, das reicht. Genau, dein Smartphone. Obwohl ich voller wertvoller Ressourcen stecke, verbringen viele Menschen nur ein bis zwei Jahre mit mir. Dann lande ich in der Schublade. Dieses düstere Schicksal teile ich mit 200 Millionen Geschwistern allein in Deutschland. Keine Sorge, du sollst sie nicht alle befreien. Also bleib dran, denn jetzt lüften wir die geheime Formel für einen umweltfreundlicheren Umgang mit deinem Smartphone. Nutze es so lange wie irgend möglich. Ja, damit leistest du bereits einen großen Beitrag. Und wenn dein Puls beim Gedanken an dein neues Smartphone steigt? Atme tief durch. Versuch doch mein gebrochenes Display und den schwachen Akku zu tauschen. Nach allem, was wir durchgemacht haben. Möchtest du mich jetzt noch verlassen? Für drei Megapixel mehr? Ist dein Smartphone wirklich nicht mehr zu retten, kannst du es durch ein gebrauchtes ersetzen. Achte in jedem Fall auf Reparierbarkeit oder entscheide dich gleich für ein modulares Gerät. Diese lassen sich komplett ohne Spezialwerkzeuge zerlegen und in Zukunft auch aufrüsten. So hast du die volle Kontrolle. Wie nutzt du dein Smartphone? modest-projekt.de Hallo, hol mich bitte aus der Schublade. Ich habe noch so einiges auf dem Kasten. Gib mich einfach weiter. Hallo?